Dann wollen wir doch mal herausfinden, ob wir herausfinden, ob Jacob einen Aloe-Hitzy-Trank getrunken hat. Ist ja ein Aloe-Hitzy-Trank. Hoffentlich kommt ihr mit guten Neuigkeiten zurück. Ja, ich wollte nur schauen, was Jacob getrunken hat. Vielleicht ist Lachgas in den Ballons. Keine Sorge, wir geben uns größte Mühe, um die Ursache für dieses plötzliche Gelächter herauszufinden. Okay, gut, ähm, Chiara. Was sagst denn du? Also, danke, dass du mir hilfst, die Krankenstation zu durchsuchen, Chiara. Selbstverständlich. Ich möchte den anderen ebenso sehr helfen wie du. Seit Madame Strouds Ausfall ist das Krankenhaus im Chaos versunken und die Patienten werden ungeduldig. Dann müssen wir diesem Lachfluch so schnell wie möglich auf den Grund gehen. Ah, da liege Madame Stroud. Und wo liegt Penny? Das stimmt. Sag mir nochmal, wonach suchen wir jetzt genau? Wir müssen herausfinden, was Jacob zuletzt getrunken hat, da das Gelächter bei ihm angefangen hat. Mäder vermutet, dass ein Ali-Hotzi-Trank dieses Gelächter hervorgerufen hat. Hast du schon mal davon gehört? Wenn ich mich recht erinnere, muss jeder, der ihn trinkt oder die Dämpfe einatmet, hysterisch lachen. Vielleicht weiß Penny ja mehr, aber... Ungünstig. Wir müssen sie retten. Aber dazu müssen wir herausfinden, was Jacob zuletzt getrunken hat. Vielleicht hat jemand einen Ali-Hotzi-Trank drunter gemischt. Wir sollten uns aufteilen und die Krankenstation absuchen. Einige der Geschenke hier stammen von Leuten, deren Namen ich nicht kenne. Das ist sehr verdächtig. Was ist das? Eine CD mit Liedern, um jemandem gute Besserung zu wünschen? Gesungen von Xeneth Xie? Verdächtig. Irmann hat Jacob eine ganze Kiste Kürbissaft geschickt, aber es steht kein Name drauf. Vielleicht hat Jacob zuletzt etwas getrunken, das ihm jemand geschickt hat. Gera, hast du schon was gefunden da drüben? Hier ist etwas Goldlackwasser, aber es sieht nicht aus, als wäre die Flasche geöffnet worden. Die ist noch von Weihnachten. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass sie die persönlichen Dinge der anderen Patientin durchwühlen. Seit wann gibt es denn hier eine DSGVO? Oh, gerade als es deinem Bruder besser ging, passiert so etwas. Was für ein Jammer. Ich erinnere mich, dass Jacob nichts trinken wollte, als ihn der Heiler gefragt hat. Da war er schon SID. SID ist das Aquagegenstück zu satt. Ja, 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 hier sind wir gesagt, das weiß ich noch. So, ja, SID und Satt, Satt und Sitt. Ja, aber jetzt ist eh gleich die Energie alle, deswegen kann ich jetzt auch direkt den Karten machen. Wir haben fast die komplette Station abgesucht. Der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe, ist unter Jacobs Bett. Oh, da steht eine leere Flasche. Wer hätte denn damit gerechnet? Ja, sieh nur, was ich gefunden habe. Eine leere Flasche Kürbissaft. Toll gemacht, Coach Cody. Danke, ich habe sie unter Jacobs Bett gefunden. Da stand sie. Einfach so. Vielleicht ist sie dorthin gerollt. Oder vielleicht hat sie jemand absichtlich dort versteckt. Das könnte sein, was Jacob zuletzt gedrungen hat. Er hatte schon immer eine Schwäche für Kürbissaft. Ich soll diesen Saft sofort analysieren lassen. Und ich glaube, ich kenne genau die richtige Person dafür, Professor Snape. Er kann mir bestimmt sagen, ob dieser Lachanfall von einem Aliozzi-Trank verursacht wurde. Und sobald ich das weiß, kann ich mir überlegen, wie ich Jacob Penny on Manon's Jaw retten kann. Yay. Er hat keine Zeit für meine Unsinn. Na gut. Dann hole ich mir aber hier noch Geschenke ab. Was habe ich denn? Oh, ein Levelaufstieg. Auf Level 9. Wo denn? Oh, mein schwächster Club ist Swings. Und was habe ich bekommen? Eine Lampe. Dann will ich doch mal gucken, ob ich die direkt aufstelle. Ach so, ach hier, eine Wendeltreppe habe ich noch dazu bekommen. Kann, aber ich kann nicht da hochlaufen. Okay. Oh, schöne Wendeltreppe da. Und eine Lampe im gelben Clubhaus. Da muss ich da jetzt natürlich auch nochmal hin. So, wo kann ich denn die Lampe aufstellen? Mal hier schauen. Oh, ich habe mehr. Ach ja, die Bank hier. Ja gut. Es gibt keinen Fremdplatz. Oh, das wird mir leid. Und den kann ich aber hinstellen. Okay. Ein Baum. Ja, äh, danke. Und dann, wo waren die sie denn dann? Da. Dann hier so ein, wie heißt das? So ein jüdischer Kernschneider. Wie heißt der? Menolit? Steh mal da hin. So, und dann natürlich auch noch hier die neue... Ach, dafür gibt es auch keinen Platz mehr. Okay, dann halt nicht. Ja, dann gehe ich hier wieder raus. Wir schauen uns... Das ist doch mal an. Also hier steht jetzt ein Weihnachtsbaum. Hier sind noch Plätzchen. Ja, hier steht... Ja gut, das ist dann wohl hier die religiöse Ecke. Ja. Und hier ist noch alles leer. Wieso habe ich denn hier noch nichts freigeschaltet? Wie schalte ich denn in den Bereichen frei? Ich weiß es nicht. Hier ist auch eine Wendeltreife. Naja. Äh, was ist da? Ah, das ist ein Besen. Okay. Gut, ähm, ich sag mal, Adewidea, tschüss, aber, and out.